hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal in diesem video zeige ich euch wie dieses schöne i love you armband knüpft als allererstes entferne ich von meinem rainbow loom das mittlere stück und auch die halterung die blaue in der mitte entferne ich so dass ich innen einen spalt frei habe diese vorlage könnt ihr ausdrucken und zwar befindet die sich unter diesem video in der beschreibung oder ihr zeichnet sie einfach selber mein armband bekommt die farbe schwarz und die buchstaben innen werden rosa dazu nehme ich als erstes zwei schwarze gummies und stülpe einen gummi über fünf stifte komplett über den zweiten gummi den setze ich an dem mittleren gummi dieser fünf stifte an und stülpe auch diesen über fünf stifte über dann brauche ich sieben gummies diese kommen über kreuz über die jeweiligen zwei stifte hier wo immer der gleiche arbeitsschritt ist werde ich die geschwindigkeit des videos etwas erhöhen damit das video nicht zu lange dauert sind alle sieben gummies über gestülpt nehmt ihr den zweiten lang gezogenen gummi und stülpt ihn über die ersten fünf gummies und den ersten lang gezogenen gummi stülpt ihr auch über die fünf gummies dann nehmt ihr wieder zwei schwarze gummies und wiederholt das ganze der erste gummi kommt nun wieder über die ersten fünf stifte der zweite ab dem mittleren fünf stifte rüber und dann nehmt ihr wieder sieben gummies und stülpt sie über die jeweiligen stifte über kreuz die beiden lang gezogenen gummies kommen jetzt wieder über die anderen gummies drüber nun muss ich das ganze knüpfen dazu nehme ich meine nadel und fasse jeweils den untersten gummi und stülpt ihn von außen über den stift die Dann nehme ich wieder zwei Gummis und stülpe diese wieder über je fünf Stifte. Dann werde ich als nächstes den ersten Buchstaben machen und zwar den Buchstaben I. Wenn ihr oben auf der Vorlage schaut, dann seht ihr in den schwarzen Kästchen jeweils eine Zahl, die geht von 1 bis 7. Wenn ich hier runter zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann zähle ich von oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diese Zahlen sind die jeweiligen Stifte auf eurem Loom. Da jetzt die erste Spalte bei dem I überall eine Zahl drinnen hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7, brauche ich auch auf jedem Stift jeweils einen rosanen Gummi. Dann nehme ich wieder diese zwei langgezogenen Gummis und stülpe sie über. Dann muss ich die nächste Reihe wieder knüpfen. Dann nehme ich wieder den untersten Gummi und ziehe ihn über den jeweiligen Stift. Dann mache ich mir ein bisschen Platz und drücke die Gummis etwas nach unten und schaue mir die zweite Spalte an. Auch hier kriegt jeder Stift einen rosanen Gummi, 1 bis 7. Vorher müsst ihr jedoch noch die zwei langgezogenen Gummis spannen. Nun die rosanen Gummis überkreuzen, alle 7. Die langgezogenen Gummis überziehen und knüpfen. Das Ganze nun wieder etwas runterdrücken und Platz machen. Dann nehme ich wieder zwei schwarze Gummis und stülpe diese über je 5 Stifte über. Nun habe ich eigentlich den Buchstaben I fertig. Dann kommt wieder die Farbe des Armbandes. Schwarz, also nehme ich sieben schwarze Gummis und stülpe sie überkreuzt über die Stifte. Ziehe die beiden seitlichen Gummis über die anderen Gummis und knüpfe das Ganze. Nun nehme ich wieder zwei Gummis und ziehe sie über je 5 Stifte. Jetzt kommt das etwas schwierigere Herz. Ihr seht, in dem Herz in der ersten Spalte stehen die Buchstaben 2, 3 und 4. Also 2, 3 und 4. Das heißt, der zweite, dritte und der vierte Stift bekommen einen rosanen Gummis. Die anderen Stifte bekommen einen schwarzen. Also oben bei der 1. 5, 6 und bei der 7. Jetzt stülpe ich seitlich wieder diese Gummis über und knüpfe das Ganze. Dann nehmen wir wieder zwei schwarze Gummis und stülpen sie über je 5 Stifte. nehmen die zweite Spalte des Herzens und zählen 1, 2, 3, 4 und die 5. Also Stift 1 bis 5 bekommt einen rosanen Gummis. Stift 1, Stift 2, Stift 3, Stift 4 und Stift 5. Stift 6 und 7 bekommt schwarze Gummis. Nun stülpt ihr auch wieder die seitlichen Gummis über, knüpft das Ganze. Dann nehmt ihr wieder zwei schwarze Gummis und stülpt sie über 5 Stifte. Nun werde ich die Geschwindigkeit des restlichen Videos erhöhen, sonst dauert das Video ewig lang. Als nächstes nehmt ihr die dritte Spalte. Da stehen die Zahlen 2 bis 6. Also kriegen die Stifte 2 bis 6 einen rosanen Gummi. Die anderen einen schwarzen. Die seitlichen werden übergestülpt und dann alles geknüpft. Dann kommen wieder zwei schwarze Gummis seitlichen. Dann bin ich mit der mittleren Spalte dran, da stehen die Zahlen 3 bis 7. Also auf die Stifte 3 bis 7 jeweils ein rosaner Gummi. Auf die restlichen ein schwarzer. Wieder knüpfen. Runter drücken. Und seitlich die Gummis nicht vergessen. Dann ist der andere Teil des Herzens. Da brauche ich nun 2 bis 6. Jeweils einen rosanen Gummi. Dann die restlichen schwarzen. Als nächstes brauche ich auf Stift 1 bis 5 einen rosanen Gummi. às nächstes brauche ich Ihnen eine solche Chargaze. Jetzt haben wir einen. dann stift 2, 3 und 4 einen rosenen Gummi, auf die restlichen einen schwarzen, gestülpen, knüpfen, und dann habe ich das Herz geknüpft, dann kommt wieder die Farbe des Armbandes komplett schwarz und knüpfen. Nun kommt als nächstes der Buchstabe U an die Reihe, dann nehme ich Stift 1-6 und stülpe je einen rosenen Gummi über, auf die 7 einen schwarzen, die seitlichen Gummis überstülpen, und wieder knüpfen. Die zweite Spalte des U braucht auf jedem Stift einen rosenen Gummi, und zwar 1-7. wieder knüpfen. Diese zwei Gummis nicht vergessen, die brauche ich jedes Mal. Dann braucht Stift 6 und 7 einen rosenen Gummi, die restlichen kriegen wieder einen schwarzen, die seitlichen Gummis werden übergestülpt, und das ganze wird geknüpft. nun kommt das gleiche, die 6 und die 7 sind an der Reihe mit rosen, der ist schwarz, die seitlichen Gummis überziehen, und knüpfen. Dann brauche ich noch die letzten beiden Spalten des U's, die kriegen komplett wieder rosenen Gummis, und knüpfen. Jetzt kommt die letzte Spalte des U's dran, da brauche ich die Stifte 1-6 mit rosen, also 1-6, und der siebte kriegt einen schwarzen Gummi, wieder die seitlichen überziehen, und das ganze knüpfen. Dann mache ich nur noch 2 Spalten mit komplett schwarzen Gummis, als Abschluss. Am22 Das Ganze nochmal mit schwarzen Gummis. Und knüpfen. So, jetzt hätte ich mein Armband fertig. Das Ganze sieht vorher so aus, nicht erschreckend. Das müssen wir noch gerade ziehen. Dann nehmen wir rechts den Gummi mit der Nadel oder mit dem Finger. Und stülpen ihn auf die gegenüberliegende Seite. Hier das Gleiche. Das wird mit allen Gummis so gemacht. Alle kommen auf die gegenüberliegende Seite. Nun brauchen wir als nächstes zwei Verschlüsse. Den ersten Verschluss nehmen wir und setzen ihn an dem ersten Gummi an. Von unten nach oben und ziehen den Gummi hoch. Das Gleiche machen wir beim zweiten Gummi. Und beim dritten. Dann können wir den Verschluss schließen, falls man ihn schließen kann. Dann nehme ich den nächsten Verschluss und mache das Gleiche mit den nächsten vier Gummis. Von unten nach oben und hochziehen. Und fertig ist eigentlich mein Armband. Jetzt muss ich das Ganze nur ein bisschen gerade ziehen. Weil diese seitlichen Gummis, die wo lang gezogen wurden, die arbeiten gegeneinander. Dann ziehe ich das Ganze in der Mitte etwas auseinander. Jetzt wird nur noch auf der anderen Seite festgemacht. Und zwar gehe ich da mit der Nadel durch die ersten acht Gummis durch. Das sieht man jetzt leider ein bisschen schlecht. Und das ist von mir jetzt auch ein bisschen schlecht gezeigt. Weil ich konnte leider nicht sehen, wie die Kamera das aufnimmt. Aber an den nächsten sechs Gummis ist es dann etwas besser gezeigt. Und auch das Durchfädeln mit dem Gummi. Und zwar nehme ich hier den Gummi, den einen doppelt. Und stülpe ein Verschluss über. Dann packe ich mir diese beiden Enden von dem Gummi mit der Nadel. Und ziehe diese komplett durch die anderen Gummis durch. Da sieht man wieder nichts. Dann nehme ich das andere Ende, wo der Verschluss ist mit der Nadel. Pack mir dieses Ende und ziehe das Ende durch den vorderen Teil. Jetzt kann ich sicherheitshalber nochmal ein Verschluss durchtun. Das mache ich jetzt auch. Oder ich lasse das einfach so. Das hält. Jetzt wird es etwas besser gezeigt mit den nächsten sechs Gummis. Dann nehme ich jetzt wieder die nächsten sechs Gummis. So, hier sieht man es ein bisschen besser. Dann mache ich das gleiche wieder. Nimm den einen Gummi doppelt. Und stülpe den Verschluss über. Und dann stülpe den Verschluss über. Dann packe ich mir diese zwei Hälften mit der Nadel. Und ziehe diese komplett durch alle Gummis durch. Nimm das andere Ende des Gummis, wo der Verschluss noch dran ist. Den Verschluss mache ich weg. Und ziehe dieses Ende durch das vordere Teil des Gummis. Dann mache ich jetzt auch wieder den Verschluss vorsichtshalber hin. Jetzt nehme ich nur noch diese zwei langen hässlichen Gummis, die wo da wegstehen. Die schneide ich durch. Und ziehe sie raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!